Hallo und herzlich willkommen bei 10x Trading. Im heutigen Video sprechen wir über wichtige Makrodaten, wir analysieren die Märkte und es gibt ein Update zu zwei Aktien von der 10x Watchlist. Bevor wir starten, ein Hinweis aufs heutige Aktienvideo mit Detailanalysen zu Palantir, Coinbase und Porsche. Link zum Video in der Videobeschreibung. Wir beginnen das heutige Video direkt im Wirtschaftskalender und wie jeden Freitag gibt es einen kleinen Wochenrückblick. Am Montag sind wir in die Woche gestartet mit den Einkaufsmanager-Indizes im verarbeitenden Gewerbe in Deutschland und in den Vereinigten Staaten. Beide im schrumpfenden Bereich. Deutschland bei 43,5 minimal über der Prognose, aber lasst euch davon nicht täuschen, wir sind deutlich auch noch mal unter der Vormonatsmeldung und auch in den Vereinigten Staaten, vor allen Dingen der ISM, Einkaufsmanager-Index im verarbeitenden Gewerbe im Bereich unter 50. Warum das so spannend ist, werden wir uns gleich noch bei den Wirtschaftsdaten vom Mittwoch anschauen. Am Montag gab es auch den Verbraucherpreis-Index in Deutschland. Er hat sich sogar noch mal abgekühlt zum Vormonat auf einen Jahresvergleich von 2,2%. Am Dienstag gab es dann die Verbraucherpreise in der Eurozone mit 2,5%, auch ebenfalls etwas unter dem Vormonat. Dann gab es diese Rede im Rahmen des Notenbank-Symposiums in Portugal von Jerome Paul und Christine Lagarde. Beide haben sich sehr bedeckt gehalten, aber gerade was Jerome Paul angeht, haben wir nächste Woche wichtige Termine im Wirtschaftskalender. Schauen wir uns gleich noch an. Am Dienstag auch die Joel-Stellen-Angebote, die sind leicht über der Prognose reingekommen. Der Vormonat wurde allerdings nach unten revidiert und dazu können wir heute auch ein Liedchen singen. Am Mittwoch haben die Märkte dann vorzeitig geschlossen wegen dem Vortag des US-Feiertags. Es gab die Einkaufsmanager-Indizes allerdings bei den Dienstleistern in den Vereinigten Staaten und in Deutschland. Deutschland haben sie leicht enttäuscht unter der Prognose reingekommen und auch etwas unter dem Vormonat, aber im positiven Bereich über 50 mit 53,1 gemeldet. In den Vereinigten Staaten gab es beim ISM-Einkaufsmanager-Index der Dienstleister einen scharfen Einbruch um knapp 10 Prozent zum Vormonat und das ist einer der stärkeren Einbrüche auf Monatssicht in den letzten Jahren und damit sind jetzt beide Einkaufsmanager-Indizes von ISM einmal im verarbeitenden Gewerbe und bei den Dienstleistern im schrumpfenden Bereich und da bin ich sehr gespannt, wie sich Jerome Paul nächste Woche dazu äußern wird. Wo, da kommen wir gleich dazu. Es gab dann am Mittwoch auch noch das FOMC-Sitzungsprotokoll, das relativ unverändert war zur FET-Sitzung, auch vom Ton sich nicht groß geändert hat. Es gab eine Aussage, die hatte ich euch auch zitiert am Mittwoch im Video und zwar ging es hier darum, dass wenn die Wirtschaft überraschend stark sich abkühlen sollte, dann muss die FET in der Lage sein, auch spontan zu reagieren. Das war ein Satz, der mir hier durchaus im Hinterkopf geblieben ist vom FOMC-Sitzungsprotokoll. Donnerstag, denn gestern der Unabhängigkeitstag, 4th of July, der Independence Day und heute gab es dann den großen Arbeitsmarktbericht und der hat durchaus eine Überraschung beinhaltet. Auf der einen Seite sehen wir die durchschnittlichen Stundenlöhne etwas kühler als im Vormonat mit einem Anstieg um 0,3 Prozent und damit auch im Rahmen der Prognose. Die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft sind leicht über den Prognosen reingekommen mit 206.000 neu geschaffenen Stellen und es wird jetzt wieder verkauft, dass der Arbeitsmarkt stabil sei. Aber bitte achten wir hier auf den Vormonat und auch auf den Vormonat vom Vormonat. Die letzten beiden Monate wurden stark nach unten revidiert und zwar der Vormonat von über 270.000 neu geschaffene Stellen, dass das zum absoluten Großteil Nebenjobs waren und man sogar netto Vollzeitstellen verloren hat. Lassen wir jetzt mal ganz außen vor, aber die wurden hier revidiert auf 218.000 und erinnert euch mal, was man uns im Juni erzählt hat. Der Arbeitsmarkt ist so stark, 270.000 neu geschaffene Stellen, Wahnsinn, ja Wahnsinn, wie stark man den Vormonat hier nach unten revidieren kann. Diesen Monat 206.000 neu geschaffene Stellen gemeldet und so ist es auch wenig überraschend, dass die Arbeitslosenquote jetzt aus den 4 Prozent ausgebrochen ist im jüngsten Bericht auf 4,1 Prozent und das haben wir auch vor einiger Zeit mal im Titanic-Video besprochen, dass wir hier auch aus dem 36-Monats-Schnitt ausgebrochen sind, was die Arbeitslosenquote angeht und das war in der Vergangenheit dann gerne auch ein Trigger, dass das Ganze auch nochmal ein bisschen schärfer ansteigt und ich muss ganz klar dazu sagen, die abkühlende Wirtschaft, die wir jetzt sehen derzeit und auch zusammen mit diesem stark abkühlenden Arbeitsmarkt, das sind zwei ganz wichtige Bausteine auf dem Weg zur ersten Zinssenkung der FED und einen weiteren wichtigen Baustein, den gibt es kommende Woche. Und zwar am Donnerstag, wenn wir die US-Verbraucherpreise bekommen. Es steht noch keine Prognose hier im Wirtschaftskalender, nur auf der Monatssicht sehen wir eine Prognose und zwar in der Kernrate um 0,2 Prozent und in der Breite um 0,1 Prozent. In der Breite war die Vormonatsmeldung bei 3,3 Prozent. Headline Inflation, also habt da definitiv schon mal kommenden Donnerstag auf dem Schirm. Überhaupt bleibt definitiv für kommende Woche auf diesem Kanal mit dabei und lasst direkt schon mal dein Abo da. Das wird eine absolute Wahnsinnswoche, denn es ist nicht nur so, dass wir am Donnerstag die Verbraucherpreise bekommen, auch wieder in Deutschland, sondern auch am Freitag dann die Erzeugerpreise in den Vereinigten Staaten und wichtig am Dienstag und am Mittwoch FED-Vorsitzender Paul nimmt Stellung. Das sind ganz wichtige Termine, wo sich Jerome Powell vor dem Kongress zu seiner Geldpolitik äußern muss und Rechenschaft ablegen muss und in diesem Umfeld kann es zu großer Volatilität kommen. Zusätzlich beginnt auch noch kommende Woche die Berichtssaison am Freitag mit den Großbanken und so können wir schon mal den Titel des Marktbriefings am Sonntag so ein bisschen spoilern. Es könnte durchaus sein, dass kommende Woche eine der wichtigsten Wochen des Jahres wird. Bevor wir zur Chartanalyse kommen, schauen wir uns noch eine Grafik an, die ich durchaus spannend finde, die jetzt speziell für die Märkte, die wir beobachten, für die US-Aktienmärkte und für Europa eher weniger konkreten Ausschlag geben, aber die global durchaus nicht uninteressant sind. Denn wir wissen ja gerade, die EZB hat jetzt schon begonnen mit der ersten Zinssenkung. Bei der FED warten wir eben drauf, aber global ist es durchaus interessant. Während wir im September 2022, wenn man möchte, sozusagen den Höhepunkt gesehen haben, des aktuellen Zinsanhebungszyklus mit 35 globalen Zinsanhebungen in diesem Monat und seitdem hier einen Abwärtstrend sehen, haben wir jetzt im Juni 2024 das erste Mal seit Oktober 2020 gesehen, dass global keine einzige Notenbank die Zinsen angehoben hat. Und wenn man so möchte, könnte man also jetzt mit dem Juni 2024 den Zinsanhebungszyklus offiziell für beendet erklären. Wichtig, aber auch nochmal auf den eingängigen Satz zurückzukehren hier. Das hat jetzt konkret für uns keine großen Auswirkungen, denn man muss ganz klar dazu sagen, wir warten jetzt derzeit auf eine klare Aussage von der US-Notenbank FED, wann man sich hier dann letzten Endes, muss man fast schon sagen, jetzt auch im Angesicht der Wirtschaftsdaten, endlich bequemen wird, dem Markt zumindest mal ein klares Signal zu senden, wann es das erste Mal soweit sein wird. Wenn dir das Video Mehrwert bietet, lass sehr gerne deinen Like da, dass es der YouTube-Algorithmus möglichst vielen Leuten empfiehlt und abonniere auch den Kanal, dass du jetzt in dieser wichtigen Marktphase nichts mehr verpasst. Damit kommen wir zu den wichtigsten Charts des Tages für die vollständige tägliche Marktanalyse. Kommt natürlich auf den Discord und werdet ab 4,99 Euro im Monat 10x-Member und stoßt zu den jetzt 1.000 Mitgliedern. Und auch an dieser Stelle möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei jedem Einzelnen von euch bedanken. Das ist ein unglaublicher Meilenstein hier für dieses Projekt. WTI Crude Oil ist auch an einem Meilenstein angekommen, nämlich an diesen 84 US-Dollar. Das ist hier aktuell Widerstand, derzeit ist aber auch noch der Aufwärtstrend intakt. Und das ist hier so eine kleine Make-or-Break-Zone, auch so eine kleine Range, muss man durchaus sagen. Wir nehmen hier gerade mal an der Unterseite noch den Support mit rein bis 82,70. Ist hier grundsätzlich alles in Ordnung, auch aus bullischer Sicht für Öl. Aber hab's auf dem Schirm, dass wir hier durchaus am Widerstand angekommen sind, dass das Momentum im MACD durchaus relativ erhöht ist, was die Signallinien angeht, aber wie eine bearische Divergenz aufbauen im Rahmen der gesamten Rallye hier bei WTI. Ein Rücksetzer darf uns hier kommende Woche nicht überraschen, weil man auch gerade dazu sagen muss, falls wir den Breakout sehen sollten, über die 85 US-Dollar. Naja, das wäre aus bullischer Sicht für den Ölpreis nochmal so richtig förderlich. Kommen zu den Natural Gas Futures und hier wird es jetzt gerade ein bisschen rutschig zur Downside, muss man sagen. So fast ein bisschen crashig zur Downside. Seit dem Kontraktwechsel, den wir gesehen haben, Ende Juni, hat der Gaspreis jetzt verloren im aktuellen Kontrakt um 18% bereits. Ist jetzt, muss man auch sagen, tief überverkauft im 8-Stunden-Chart jedenfalls. Im Tages-Chart ist er es noch nicht. Deswegen haben wir hier auch noch den Pfeil in Richtung 2,13, 2,18. Hier ist das 61er und 65er Fibonacci seit den Tiefs, die wir im April gesehen haben. Und dort müsste man zumindest mal mit einem schärferen Bounce rechnen für NatGas. Respektiert hier aber durchaus, dass wir in einem großen Abwärtstrend unterwegs sind und sich das Ganze jetzt hier auch noch derzeit im Rahmen von einem Abwärtstrend beschleunigt. Kleine Support-Levels, die wir heute auch in der Marktanalyse bereits besprochen haben, ist hier der Bereich von den 2,30 Dollar und von den 2,21 Dollar der wichtige Make-or-Break-Support. Allerdings dann hier nochmal eine Stufe tiefer im Bereich um 2,13 bis 2,18. Kommt zum Goldpreis und hier spielt sich unsere Projektion in Perfektion, muss man sagen, aus. Es gab sogar mit der letzten 8-Stunden-Kerze noch einen leichten Dip runter in dem Bereich um die 2,348. Insgesamt Aufwärtstrend intakt geblieben. Vor allen Dingen auch der Breakout aus den 2,360 war der Trigger jetzt für die Rally in Richtung der 2,400 US-Dollar. Jetzt sind wir hier aber am Beginn der Zielzone angekommen und auch am horizontalen Widerstand vom Juni. Das ist genau der Bereich von den 2,386 bis 2,390. Hier muss man so ein bisschen mit Widerstand jetzt rechnen, vor allen Dingen dann auch bei den 2,400. Von hier darf sich der Goldpreis jetzt sehr, sehr gerne abkühlen auf die 2,360 und hätte dann hier das nächste Mal die Möglichkeit unter wichtigen Widerstand zu konsolidieren. Und dann gegebenenfalls sogar nochmal auszubrechen in Richtung der Allzeithochs bei 2,450. Wichtig, aus aktueller Sicht eher Ungernkurse beim Goldpreis unter 2,350 bis 60. Und auch mal so ein bisschen auf dem Schirm haben, wie brutal invers hier derzeit der Goldpreis läuft zum Bitcoin. Und ob wir möglicherweise, aber das ist jetzt reine Spekulation, wenn wir hier an so einem Triple Top arbeiten sollten und Gold würde dann nochmal schärfer abkochen. Könnte dann durchaus sein, dass wir eine kleine Rotation sehen könnten in den Bitcoin. Der uns heute eine wilde Preis-Action zeigt. Wir hatten ja gestern Abend den Bitcoin im detaillierten Video. Da hat er nochmal darauf hingewiesen, dass wir hier stark überverkauft sind, dass der Bitcoin aber durchaus noch abkochen kann in Richtung der Zielzone. Jetzt muss man sagen, hat er genau bei 53.500 nach oben gedreht. Das ist hier aus Sicht der jüngsten Preis-Action jetzt kein besonders relevantes Level. Wenn man möchte, könnte man hier das absolut oberste Wick von dieser Konsolidierung im Februar verbinden und könnte sagen, boah, da hat der Markt aber jetzt hier wirklich bei der gallerkleinsten Berührung des letzten Widerstands als Support zugegriffen. War auch tief über Verkauf der Bitcoin. Ich muss aber auch dazu sagen, um jetzt hier wirklich wieder bullisch kurzfristig, mittel- bis langfristig ohnehin, aber kurzfristig bullisch werden zu können, hätte ich jetzt zumindest mal gerne folgende Preis-Action. Also jetzt eine Rallye in Richtung 200-Tage-Linie, die würde ich gerne sehen. Ob wir dann direkt ausbrechen, müssen wir abwarten. Die 200-Tage-Linie für eure Notizen ist bei 58.550. Da muss er drüber. Da besteht überhaupt kein Zweifel daran. Wir brauchen jetzt hier im Prinzip eine Preis-Action, gerne auch übers Wochenende, über die 200-Tage-Linie und dann kann man sagen, ist hier mal ein kurzfristiger Boden drin beim Bitcoin, dann kann er sich größer erholen in Richtung mal zuerst 64, 65, gegebenenfalls in Richtung 67, 69. Aber wir respektieren bitte auf jeden Fall weiterhin diesen Trendkanal, denn der Markt respektiert ihn sehr, sehr schön. Also müssen wir dann dort wieder spätestens mit Widerstand rechnen. Und ich muss aber auch dazu sagen, diese Zielzone bleibt jetzt hier in der Downside erstmal noch im Chart, denn wenn der Bitcoin jetzt sich hier in diesem Cluster Widerstand abholen sollte und hier doch nochmal nach unten abdreht, naja, da müssen wir nochmal wirklich mit einer echten, harten, finalen Kapitulation rechnen. Aber diese Preis-Action ignorieren wir hier dennoch nicht. Tweezer-Bottom im 8-Stunden-Chart auch durchaus hier deutlich mehr als zwei Drittel der letzten 8-Stunden-Kerze ingeruft. Im Prinzip kann man sagen unter, aber das ist ohnehin obligatorisch, unter diesen Tiefs der, beziehungsweise hier über diesen Tiefs der letzten beiden 8-Stunden-Kerzen sieht das Ganze gut aus. Drunter dürfte es nochmal ein Washout geben, dann gegebenenfalls sogar in Richtung 47.000 US-Dollar. Und wer hier kurzfristig wieder bullish sein möchte auf dem Bitcoin oder wem jetzt schon die Finger zucken und zittern, weil er investiert ist und sich hier wieder Ruhe wünscht im Kryptomarkt, der muss sich ganz klar diese Projektion vor Augen führen, weil dazu braucht man definitiv einen Bitcoin über der 200-Tage-Linie. Wir schauen mal auf den Rentenmarkt und hier insbesondere auf die Verzinsung der 10-jährigen Staatsanleihe, bitteschön, denn die verabschiedet sich ordentlich nach unten. Heute auch nochmal im Rahmen des Arbeitsmarktberichts gut nach unten gedrückt worden, sitzt jetzt auf dem Aufwärtstrend. Das müssen wir hier so ein bisschen als Clusterzone beobachten, aber wichtig ist doch jetzt auch bitte, dass die Yields unter die 200-Tage-Linie gefallen sind. Und wir hier, und das ist auch unser Prime-Szenario, ganz klar, dass wir hier weiter eben in diesem Abwärtstrend bleiben, außer auf jeden Fall schon mal fallenden Hochs. Zum jetzigen Zeitpunkt noch kein fallendes Tief, aber hier ganz klar fallende Hochs bei den Yields. Komm, den drück mal hier nach unten, vor allen Dingen unter die 4,25 bis 4,2 Prozent, dann die Zielzone sogar bis zu 4 Prozent bei den Yields. Wenn wir allerdings auch nicht zu euphorisch werden, zurückkommen sollten, jetzt hier anhand von diesem Aufwärtstrend über die 200-Tage-Linie, dann wird das Ganze wieder kritisch und deswegen muss man es zum jetzigen Zeitpunkt noch hier relativ neutral bewerten. Aber ich lege mich fest, hier wird es nächste Woche auch vor allen Dingen im Rahmen dann der Inflationsdaten mal zu einer Entscheidung kommen. Und zu der ist es beim S&P 500 in den letzten Tagen auch gekommen und das ist genau das, worüber wir gesprochen hatten. Wir waren hier gehadget im Rahmen einer potenziellen Downside, allerdings hatte ich auch dazu gesagt, minimal sich hier nur hedgen, möglicherweise ein bisschen was der Gewinne in eine kleine Short-Absicherung reinlegen. Aber wichtig, sobald wir aus dieser Range ausbrechen, den Bullen aus dem Weg gehen und was macht der S&P 500? In Perfektion, muss ich fast sagen, das war hier fast zu einfach, aber derzeit ist es eben so. Wenn du aus Widerständen ausbrichst, dann ist dieser Markt einfach ein Bullenmarkt. Wir haben einen Breakout gesehen, das war unser Stop-Trigger und dann konsolidierst du dermaßen bullish über der Range und jetzt mit der aktuellen 8-Stunden-Kerze schmilzt der Markt hier nach oben. 5.566, 1 zu 1 Projektion der Range, wäre hier noch ein bisschen höher bei 5.600. Dort müsste man allerdings auch wieder dann langsam, aber sicher mit einem gewissen Pullback rechnen. Aber ich lege mich fest, solange wir jetzt aus aktueller Sicht nicht mehr zurückfallen unter die 5.500 Punkte vor allen Dingen, aber insbesondere unter die 5.520 Punkte holen wir uns jetzt im Rahmen noch von einer etwas freundlichen Marktphase dieses 5.650er Target ab. Dort allerdings muss ich wirklich ganz klar dazu sagen, treffen wir, was den Gesamtmarkt angeht, ein wahnsinnig wichtiges Kursziel und dort wird der Ton dann auf jeden Fall wieder vorsichtig werden. Dort rechne ich auch mit Gewinnmitnahmen, muss ich ganz klar dazu sagen. Sage aber auch dazu, dass wenn es der Markt schaffen sollte, die 161er Extension wirklich rauszunehmen und zwar einmal kurz ins große Bild geschaut, dann ist hier in diesem Markt a sky the limit und das möchte ich auch wirklich dazu sagen, denn die 200er Extension, die dann das nächste technische Kursziel ist, ist dann erst im Bereich um die 6.100 Punkte. Man muss dazu sagen, aber über dieses Level sprechen wir seit Wochen, auch jeden Sonntag im Marktbriefing, natürlich auch wieder diesen Sonntag. Der Bereich von 5.650 bis 5.700 Punkte ist für mich der Bereich, wo ich mit Gewinnmitnahmen rechne, weil ich hier mit Gewinnmitnahmen rechnen muss, weil das dann eben der goldene Schnitt des 161er Extension ist von der gesamten 2022er Korrektur und damit technisch das übergeordnete wichtige Kursziel. Man sieht es hier aber auch förmlich in diesem Trendkanal seit Oktober 2023. Das schreit auch danach, dass wir das ansprechen. Wenn du das hier rausnimmst, dann muss man davon ausgehen, wenn wir hier ausbrechen, dass du dann eben die Herzlinie auch rausnimmst und dann schmilzt du nach oben und dann müssen wir hier über die 6.000 Punkte langsam aber sicher rechnen. Also hab hier wirklich auch mal die nächste Woche auf dem Schirm. Ich gehe davon aus, dass wir hier in dieser Woche die Chance haben, dieses extrem wichtige Target zu treffen und dort muss man wirklich sagen, da muss man sein Depot und den Gesamtmarkt hier auch nochmal komplett neu bewerten. Wir kommen zum Nasdaq 100 und das Setup haben wir wirklich auf dem Silbertablett hier besprochen in den letzten Tagen und zwar dieses Deep Grab Pattern hier des 88er Fibonacci auf der B und das gibt uns hier am Top eben gerne 161er Extension. Das haben wir jetzt hier um ca. 60 Punkte noch nicht ganz abgeholt. Das wäre ganz genau bei 20.460. Das Allzeithoch beim Nasdaq ist hier bei 20.403 Punkten und hier ist jetzt auch mal der Zeitpunkt gekommen, dass wir uns das Ganze so ein bisschen auch anschauen im etwas größeren Bild beim Nasdaq und zwar eben dieser etwas flachere Aufwärtstrend aus dem fetten Aufwärtstrend. Das ist der seit Oktober 2022, sind wir ohnehin ausgebrochen. Den haben wir ja hier per Doppelboden, das ist ja hier unser kleines Harmonic Setup. Den haben wir hier per Doppelboden als Support getestet. Jetzt versucht es der Nasdaq hier sogar aus diesem Oktober 2023 Abtrend auszubrechen. Aber ich sage es dazu, hier gab es schon ein paar hinterhältige Wicks nach oben, die dann durchaus nochmal scharf abgekocht wurden. Also eine weitere Korrektur beim Nasdaq runter auf die 20.000 Punkte darf uns hier nicht überraschen. Ich muss aber auch aus aktueller Sicht sagen, um hier dann eine etwas größere Korrektur, Gewinnmitnahmen aus dem Weg zu gehen, sollte er sich jetzt besser über 20.000 Punkte halten. Rechnet aber hier auf jeden Fall jetzt im aktuellen Bereich mit gewissen Gewinnmitnahmen. Spätestens hier bei den 20.460, hier ist dieses Deep Grab Pattern dann in Perfektion abgeschlossen. Ich sage aber auch dazu, es spricht aber auch absolut gar nichts dagegen, dass wir dann hier ein bisschen mild abkochen, nur um uns dann hier wieder ein deutlich höheres Tief einzuziehen, um eben weiter nach oben zu schmelzen. Der Nasdaq macht hier in seinem beispiellosen Bullenmarkt, Bullrun aktuell ganz klar weiterhin Nasdaq-Dinge und da muss man auch wirklich ganz klar dazu sagen, da schauen wir gerade parallel auch so ein bisschen auf den S&P 500, um diese beiden Indizes dann in gewisse Korrelationen zueinander zu stellen und dann möglicherweise hier auch mal ein Ziel auf dem Schirm zu haben für etwas größere Gewinnmitnahmen. Und falls es hier zu gewissen Gewinnmitnahmen kommen sollte im Tech-Bereich, ich habe bitte mal auf dem Schirm, dass wir dann einen Kandidaten hier sehen, der möglicherweise ein wenig squeezen könnte, nämlich der Dow Jones, der köchelt hier so ein bisschen vor sich hin und arbeitet möglicherweise an einem Breakout. Dafür ist aber wichtig, dass er hier keine Kurse mehr zeigt unter 39.000, besser schon nicht mehr unter 39.200 und dann könnte möglicherweise bei gewissen Gewinnmitnahmen im Tech-Bereich der Dow Jones mal wieder in Richtung der 40.000 laufen. Etwas weniger freundlich sieht es allerdings ganz klar bei den Nebenwerten aus, die bekommen heute ordentlich auf die Mütze und die nähern sich jetzt hier auch dem Make-or-Break-Level. Der Russell 2000 ist natürlich gemeint. Ihr wisst, horizontale Levels sind immer etwas mehr wert als Trends, dennoch sollte man beides ganz klar beobachten. Wir haben heute eine Verletzung des Aufwärtstrends gesehen, die zum jetzigen Zeitpunkt aber ganz schön gekauft wird. Ich bleibe aber dabei. Der Russell 2000 hat unter 2008 Punkte aus aktueller Sicht hier schon wirklich gar nichts verloren. Ansonsten müssen wir hier damit rechnen, dass sich gewissermaßen hier eine Korrektur fortsetzt in Richtung der 200-Tage-Linie, dann auch in Richtung 1950 Punkte. Und dann könnte man hier gewissermaßen sich eine Harmonik mal anschauen, ob dann hier letzten Endes für den Russell 2000 auf der 200-Tage-Linie wirklich ein finaler Boden gefunden wird. Drunter muss ich aber auch sagen, unter der 200-Tage-Linie wird es für den Russell 2000 brandgefährlich. Ich möchte aber auch zum jetzigen Zeitpunkt hier unsere Projektion noch nicht gänzlich abschreiben. Wir hatten den Dip hier zum Abtrend im Prinzip auf dem Schirm, aber ich sage es auch dazu, viel Kredit ist hier nicht mehr drauf auf dem Russell 2000. Auf keinen Fall meiner Meinung nach neue Tiefs unter der aktuellen 8-Stunden-Kerze und deutlich mehr Downside. Müssen wir einplanen, falls es der Russell hier wirklich nicht schaffen sollte, sich zu halten und unter die 2008 Punkte fällt. Wir kommen noch kurz zum Equal Weight S&P 500. Und hier möchte ich mal sagen, diese Preis-Action hier, die stinkt so ein bisschen zum Himmel und das ist auch was, was mich teilweise nachts hier wach hält, denn wir sehen wirklich massive Wicks auf der Unterseite. Auf einmal irgendjemand, meiner Meinung nach nicht die Kleinanleger, denn die haben in der Regel mit RSP relativ wenig zu tun mit dem Equal Weight, sondern eher so ein bisschen in die institutionelle Richtung. Irgendwer saugt hier diese aggressiven Dips auf, wie verrückt, was nichts anderes heißt, als dass hier irgendein großer Marktteilnehmer die Marktbreite davon abhalten will, zu fallen. Was natürlich so ein bisschen auch, und das ist jetzt reinste Spekulation, für mich ein Signal sein könnte. Möglicherweise bereitet sich hier irgendein großer Marktteilnehmer auf einen gewissen Lockerungszyklus vor der Notenbank, der ja zweifelsfrei dann den Aktien aus der zweiten und dritten Reihe so ein bisschen in die Karten spielen würde. Wie gesagt, das ist jetzt absolute Kaffeesatzleserreich hier aus diesen Wicks zur Downside, die mir einfach sehr, sehr spanisch vorkommen und die wir einfach völlig neutral weiter beobachten. Ich wollte heute aber mal diese Beobachtung jetzt zumindest hier nochmal mit euch teilen. Wir kommen zum DAX und der hat heute einen richtigen Power-Move ausgepackt, ist aber an einem sehr, sehr wichtigen Level gescheitert mit einer wahnsinnig interessanten Kerze, hier eine unfassbar aggressive Doji-Kerze. Da hat es der DAX ein bisschen zu gut gemeint und hat sich mal richtig den Kopf angehauen am Abwärtstrend und vor allen Dingen an den 18.600 Punkten. Das war das klare Top aus 2024 im März. Da lege ich mich fest, wenn wir hier ausbrechen, dann schmelzt man vermutlich auch in Richtung neue Allzeithochs im Bereich zwischen 19.200 und 19.500. Aber jetzt für den Moment hat er sich jetzt hier erstmal den Kopf angehaut, wird aber schon wieder nach oben gekauft. Diese Projektion habe ich heute eingezeichnet bei der Marktanalyse für die Mitglieder. Ich habe hier durchaus so eine gewisse Konsolidierung jetzt auf dem Schirm. Die beginnt sich jetzt hier auch so ein bisschen auszuspielen. Aktuell hält die 50-Tage-Linie über 18.400 ohnehin problemlos. Wenn wir drunter fallen sollten, dann darf er auswaschen. Was der DAX aber aktuell nicht mehr zeigen darf, sind Kurse unter 18.250. Wir kommen zum Hang Sengenex und der zuckt hier nochmal etwas nach unten. Ich habe auch bewusst die Projektion zur Downside noch im Chart gelassen. Einfach, dass wir hier völlig entspannt bleiben und wissen, dass selbst Kurse von 16.800 bis 16.900 bei so einem wilden Pferd wie dem Hang Sengenex völlig im Rahmen wären, um hier nochmal so richtig nach unten auszuwaschen, um gegebenenfalls sogar den Breakout aus dem Abwärtstrend, dem großen Bärenmarkt-Abwärtstrend nochmal bergzutesten. Drunter fallen wäre allerdings absolut kritisch. Hat aber auch jede Chance, möchte ich auch dazu sagen, sich hier im Rahmen der 17.400, 500, 600, sich ein etwas höheres Tief einzuziehen und das direkt als Support zu nutzen. Wichtig, um hier weiter bullish zu bleiben für den Hang Sengenex, was wir derzeit absolut sind, möchte ich auch dazu sagen, braucht er hier klar den Breakout über die 18.000 bis 18.250. Und jetzt hören wir schon so ein paar Stimmen auf Bloomberg, dass China hier durchaus mal einen Blick wert ist, dass wir derzeit auch sehr hohe Moneyflows sehen in ETFs, die China abbilden, auch durchaus lockere Geldpolitik sehen in China. Das ist ein schönes Grundrezept, muss ich ganz klar dazu sagen. Das ist halt jetzt hier eine etwas herbere Korrektur, mal beim Hang Sengenex, aber das kennen wir doch von diesem Markt. Wichtig wird sein, dass wir mittelfristig, kurz bis mittelfristig, vor allen Dingen dann langfristig unter der 200-Tage-Linie, die aktuell bei 17.180 läuft, nichts mehr verloren haben. Damit kommen wir zu den Einzelaktien und wir beginnen mit PayPal. Und ich muss sagen, die Preis-Action, die wir von PayPal sehen, gefällt mir sehr, sehr gut. Wir haben jetzt hier bereits die Chance auf ein kleines One-Two-Setup, aber ich muss dazu sagen, ich bleibe weiterhin derzeit jetzt erstmal noch im Lager, dass ich hier einen ganz starken horizontalen Widerstand sehe, im Bereich von etwa 61 US-Dollar, muss man sagen. 60,60 Dollar ist die 200-Tage-Linie und hier dieser Bereich von den 61 Dollarn. Das ist hier ganz klar dieser alte Support. Das kann man auch ein bisschen weiter nach links verlängern. Das war immer schon eine Zone, die durchaus Korrelation ausgelöst hat. Und jetzt hier vor allen Dingen zusammen mit diesem Widerstand, den wir gesehen haben, der Neckline dieser potenziellen inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Warum habe ich gerade gesagt, dass wir schon so eine kleine Chance sehen auf so ein One-Two-Setup, weil es hier in der letzten 8-Stunden-Kerze einen Dip gab, der durchaus gekauft wurde. Also man sieht schon, der Markt knabbert hier ran und der Breakout aus der 200-Tage-Linie, der dürfte dann auch eine sehr harte Rallye direkt mal freisetzen in Richtung der 50-Tage-Linie, hier in Richtung der 63 US-Dollar und über 63 US-Dollar, könnte man sagen, sind wir dann auch wieder im Game, was eine bullische PayPal angeht. Ob wir dann hier eine große inverse SKS bauen, das schauen wir uns doch dann sehr, sehr gerne in den kommenden Wochen an. Step-by-Step, das ist hier noch kein Rennpferd, das muss man ganz klar dazu sagen, das ist hier eine sehr langsame Aktie zum jetzigen Zeitpunkt, die allerdings auch noch unter der 200-Tage-Linie ist. Also ist das nicht verwunderlich, dass wir hier noch nicht impulsiv ansteigen. Das dürfte kommen, wenn wir die 200-Tage-Linie dann wirklich als Support einloggen. Aber bis dahin bleibt es hier auch noch gefährlich und deswegen bleibt hier auch die Aussage, die letzte 8-Stunden-Kerze zeigt es uns doch. PayPal, jetzt hier kurzfristig, besser bereits nicht mehr unter 58,80 Dollar. Ansonsten brechen wir hier unter das Tief der linken Schulter und das macht dann so ein Pattern auch sehr, sehr gerne durchaus mal bearish. Vor allen Dingen natürlich, keine Frage, wenn wir unter die Tiefs fallen sollten, wenn wir unter 57 US-Dollar fallen sollten. Für mehr Aktienanalysen und Trade-Ideen kommst sehr gerne auf den Discord und werde 10x-Member. Dort kannst du dich mit über 350 Mitgliedern austauschen und profitierst ab 4,99 Euro im Monat von meinen täglichen Markt- und Aktienanalysen. Wir kommen zu Tesla und hier achten wir bitte auf die 250 US-Dollar. Aus mehreren Gründen, wir sind hier genau angekommen am 88er Fibonacci aus Sicht dieses letzten signifikanten Swinghochs Ende 2023. Im Prinzip gehen wir hier Year-to-Date erstmal massiv nach unten um 47%, um uns jetzt hier in einer sehr schönen Aufwärtsbewegung deutlich zu erholen. Hier haben wir jetzt ein Bet-Down, also eine Harmonic, die uns hier anzeigt am 88er Fibonacci mit Gewinnmitnahmen zu rechnen im 8-Stunden-Chart. Allerdings möchte ich es jetzt auch noch nicht zu krass überbewerten. Man sieht gewissermaßen jetzt hier schon, dass der Markt sich ein bisschen schwer tut. Am 88er Fibon wichtig ist, wenn er aus den 250 und vor allen Dingen 256 US-Dollar ausbrechen sollte, der Markt mit Tesla. Da müsste man damit rechnen, dass sich der Squeeze direkt fortsetzt in Richtung der 300 US-Dollar. Ich sage aber auch ganz klar, jetzt erstmal noch Primärszenario bleibt hier vorläufig nochmal diese Projektion. Also nochmal eine gewisse Abkühlung der Aktie. Wunderbar wäre, wenn wir hier über dem großen Abwärtstrend aus Sicht der Allzeithoch eine gewisse Bullflag bauen, um danach eben in Richtung 300 US-Dollar durchzustarten. Was ohnehin mein nächstes Kursziel ist, kurz- bis mittelfristig für die Aktie. Nur, wer hier eben noch nicht mit drin ist oder auch hier, um wirklich nochmal nachzulegen bei einer Abkühlung, wäre es eben schön, wenn wir uns hier nochmal abkühlen würden. Gut und gerne auch zurück in den Bereich um die 220 US-Dollar. Um möglicherweise halt auch mal so einem signifikantesten Breakout, wie diesem Breakout aus dem All-Time-High-Down-Trend, einen kleinen Backtest zu geben, um hier nochmal ein kleines Abschiedsküßchen möglicherweise draufzulegen, um dann eben in Richtung nächsten Kursziel durchzustarten. Muss aber auch dazu sagen, über 250 US-Dollar dürfte sich diese Korrektur, dürfte sich diese Gewinnmitnahme bei Tesla dann nochmal etwas verzögern. Ich bedanke mich vielmals, dass du das heutige Video bis zum Schluss geschaut hast. Schau mal in die Videobeschreibung. Dort findest du einige Links zu interessanter Literatur rund ums Thema Börse und Trading. Du findest den Broker, den ich für mein Trading benutze und auch die Chart-Software, die ich in den Videos benutze und natürlich auch den Link zur Mitgliedschaft bei 10x Trading. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit und sage Ciao.